Medienberichten zufolge sind tausende Menschen zu demselben Ziel unterwegs. Was steckt dahinter? Was ist denn los, junger Mann? Naja, vegane Produkte kosten jetzt genauso viel wie ihre tierischen Alternativen. Also ich bleib bei meine Fleischpflanze. Du hast die Wahl. Wie gewohnt oder vegan. Frisches Hackfleisch oder veganes Hack. 100 Gramm je 76 Cent. Lidl lohnt sich. Gönn dir Omi, du hast die Wahl.